Jo, willkommen zu einer Runde Portal 2 mit mir, dem Raytrain aka Colin und dem Malte Demon Rider als Gast. Also, wir spielen Portal 2, also die meisten dürften das Spiel eigentlich kennen, aber wer es nicht kennt, wir spielen jetzt gerade Koop. Da musst du so Rätsel lösen mit so einem Arschloch-Roboter Glam Sklados und muss hier halt Rätsel lösen zu zweit und bla. Erklärt sich eigentlich von selber, wie es dann geht im Laufe, ihr seht es dann. Und man hat zwei Portale. Jeder von uns. Ähm, ich glaube ich weiß schon was wir machen müssen, wir müssen durch das Portal und du musst dann da oben eins setzen. Siehst du es da oben, das Teil? Ja. Ähm, wer es nicht kennt, kauft es euch. Geil. Hui. Blue, mach dich nicht lustig über Orange. Warum macht der sich immer über mich lustig? Okay, jetzt kommen wir gegen den Knopf, was passiert dann? Hey, drückt mal Kuh. Lol. Warum drückst du Kuh? Willst du hier jemanden spotten? Ja und jetzt? Achso, hier. Luftübungen. Errungenschaft. Frank, lass das! Oh! Nein! Jetzt check ich's! Einer muss runter, einer. Wenn ich sehe wie ihr euch gegenseitig sabotiert, staune ich über eure Freundschaft. Ich hab's geschafft! Bist du gestorben oder? Hä? Ja klar bin ich gestorben. Okay. Stimmt, mein Portal ist ja weg. Also wenn man's stoppt, verschwendet auch das eigene Portal. Ui! Also du, äh, kletsch gegen den Knopf und ich guck was unten so abgeht. Okay? Ich geh runter. Ich geh runter. Bist du jetzt auf dem Knopf gewesen? Was gibt's da unten alles zu sehen? Äh. Ich kann ja Tab drücken. Ah! Ich weiß, oder? Kannst du in die andere Richtung fliegen? Nee. Ähm. Nicht erschrecken. Nein! Oh Gott war das Lucky! Haha! Das hab ich mit Absicht doch so gemacht. Ich wusste, dass es passiert. Ja von mir war das aber Lucky, dass ich... Keine Ahnung. Hallo Tür. Ja komm. Die Strahlen gehen sogar... Oh, schade. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verräter auf dieselbe Datei nicht zurückgehen. Man, ich hab gehofft, dass du mir mal spielst, ohne dass du mir den Kopf laust. Beste Feature in diesem Spiel. Verlier doch nicht gleich den Kopf. Oh Gott. Jeden Tag muss ich den Typen ertragen. Jeden. Jeden. Jeden Tag muss ich den Typen ertragen. Jeden. Jetzt winke ich ihn sogar. Also wenn ich nachher zu leise bin, dann schlage ich dich. Ich glaube das Spiel ist zu laut. Warte, ich mach's mal leiser. Jeden Tag muss bloß Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Test genauer ansieht, macht sofort wer hier der eigentliche Held ist. Die will ein Beil zwischen uns treiben. Merkst du es? Die sagt nur dich mobbt die ganze Zeit. Spring da nicht drauf. Die mobbt die ganze Zeit nur uns beide, damit wir uns streiten oder so. Das hast du genau richtig vorher gesehen. Du bist... Du bist... Tu's nicht, Walther, tu's nicht. Was ist wohl dieser Knopf? Hä, was muss ich machen? Guck mal rechts von dir. Oh Gott bist du dämlich. Lass das mal so, mach mal nichts Das, oh Gott, du bringst mich hier noch um. Also das hast du eben schon gemacht. Jetzt ist hier ein Knopf. Mach mal weg Hey, wie hast du es geschafft, dann nicht zu sterben? Wie hast du das gemacht? ESL So, was bringt der Knopf? Huch, hier ist ein Ball Was bringt der mir jetzt? Kann ich da irgendwie durchschießen? Ja, kann ich. Ach, das ist kein Witz, okay. Ich kann, hm, kannst du da unten hin? Ne, kannst du nicht. Kannst du einen Strahl dahin führen, zu meinem roten Portal? Wusste? Nein, aber ich weiß, was ich machen muss Ja, ich auch Äh Siehst du da nicht dahinten, da musst du Ein rotes dahin Genau Dann Ja Und dann Jetzt Was? Was denn jetzt? Geht so Ja, was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wenn ich Ein Zweck mache Fliegt das Teil runter Wenn du ein Zweck machst, fällt das Teil runter Wir haben, glaube ich Wir haben Gelust Ahhhh Ich weiß es, ich weiß es Ja, mach Drück mal Tab Ja 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 Ja, okay, da hinten muss er hin Von wem aber jetzt Aber wie sollten wir das hinbekommen? Kann man da nicht irgendwie Kannst du dann ein Portal? Was, Pizza? Äh, ja gleich, äh Malte? Ja Mach kurz das Rätsel, dann können wir okay? Ganz kurz Okay Ja, wir bestellen dann gleich was Alles klar Ich muss ganz kurz weg, aber dauert nicht lang Ich hasse es, wie du es schneiden Ahhhh Warte mal, ähm Ja, warum? Lastig drin Wirkt menschlicher Nein, ich meine das danach Und Menschen, die haben auch Privatleben Mein Güse Warte mal Ja Du musst Kannst du da hinten ein Portal theoretisch hinsetzen? Bei dem Durchteil Was? Gehst du da Ja, kann ich Dann musst du Bei Das ist doch dein Zweck, oder? Warte Ich hole mir einen neuen Ball Warte So Also Du 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 musst Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube du hättest vor eins hier hinten Ne, kannst du ja nicht Das nicht wegführen Ähm Du kannst ja da hinten eins hinmachen Ich habe ne Idee, mach mal hinten mal diesen Laserstrahl eins hin Ne, warte doch nicht Habe ich Habe ich schon, habe ich schon Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen Hallo Ja, gut Jetzt kommt Anders, warte mal, warte mal Bringt das irgendwas? Dann kommt das so Ja, aber Äh Hm Ne, doch nicht Ähm Diese Freundin dann Ne, doch nicht Warte, kann ich da hinten hin? Lol Ich Ne, kann ich nicht, oder? Ich glaube ich habe ne Idee Ich könnte hier irgendwie ausbrechen bestimmt Weiß nicht, ob das man Ja, ich bin jetzt hier selber im Portal Und dann? Ja, das weiß ich nicht, aber ich habe es geschafft Warte mal Sei stolz auf mich Warte, warte, warte Ja, genau, du wirst Ich fangs auf Das wird sowas von schief gehen Ah, nein, oh Gott Ja, nee, das ist Ja, na Nein Ich wollte dich wieder zurückbringen Man Oh, das könnte gut sein Nein, RIP Hilfe, Hilfe Ich probiere es doch einfach nochmal Gibt das Nein Ey, das ist zu Oh Gott war das knapp Okay, also Ich bin wieder da Ich glaube ich weiß, dass es uns helfen kann Ich habe immer noch keine Idee Ähm, machen wir nochmal dasselbe Hm, du kommst ja nicht irgendwo ins Portal rein, oder? Nee Da Ja, klar Was denn? In dem Moment, wo du hier draußen bist, kannst du doch ein neues Portal machen Ja Ja Erstmal muss ich den Ball rausbekommen Pass auf Pass auf Du gehst jetzt rein, dass du da gegen die Wand gedrückt wirst mit dem Ding, genau Oh Nein, nicht da Der Ball muss ins andere rein MLG Hahaha Gut Nee, das ist unfair Nein, wie, nicht runter So Was passiert, wenn ich den Ball jetzt auf die Sprungplattform mache Wo muss der Ball eigentlich hin, nach da oben, oder? Ja, klar Dann Kann das sein, dass wir trotzdem verkackt haben, auch wenn wir den Ball hier unten haben Warte mal, pscht Okay, pscht Doch, das stimmt Nee, das stimmt nicht Ach, klar Ja Ich weiß es Du machst jetzt eins dahin Ja, warte mal kurz Ähm, 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 lass mich kurz überlegen Ähm, lass mich kurz überlegen Dein Ernst? Hast du noch eins dahinten drinne? Dein Ernst? Hast du noch... Hast du diesen Knopf schon mal berührt? Weißt du, was der macht? Nein Nein Guck mal, was der macht Dann kannst du da im Portal setzen Ich? Oh Ja, passt Ach, du Dussel Tschüss Ball So, jetzt brauche ich erstmal hier mein... meine Energie Wirst du falsch gemacht Ja, egal, dann mach halt neu Dann du darfst es überhaupt nicht machen Ja, mach gut Ja, kann ich ja nicht wissen Du könntest ja mal nachdenken Oh, das war knäpplich So, jetzt weißt du... Okay Geh auf den Knopf Geh auf den Knopf So, genau Genau Dann... Äh, Malte Ich glaub ich hätte ne Idee Wir haben es glaub ich falsch rum gemacht, oder? Nein, 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 nein Ich... ich hätte ne Idee So... Und dann... Der Strahl ist zu hoch Wieso ist der Strahl? Ja, warte, warte, warte Ich muss schon das bestellen Ganz kurz Oh, okay Ich knumbe solange weiter Wenn ich jetzt hier so lange So... Das machen könnte Könnt ich... Könnt ich da einsetzen? Ja, bestimmt Kompliziert Warte, hier komm ich ja nicht raus, oder? Nee Aber... Komm, Katniss, sehe ich das von da... Nein! Das ist kompliziert Hilfe! Diese... Achso, hier ne, ich muss in den Strahl hier kommen Zieh mich hin Okay, es geht nicht so Ich kann aber... Da könnte ich theoretisch was hin machen Das würde mir aber nichts bringen Können wir da was hin machen? Nee Okay Help me Der Ball muss ja da hinten rein Da muss einer Zwei Portale da hinten Zum Beispiel Colin Ah, jetzt hab ich... Jetzt weiß ich wieder was ich ursprünglich machen wollte Also... Muss... Da hinten einsetzen Und da unten Nein! Ich bin gestorben Aber so müsste das aussehen Und deswegen sind doch die zwei Lines da Ich verstehe Und jetzt ist Colin halt AFK Okay Aber ich hab's Das heißt... Ich muss jetzt cutten Und... Warten bis er wieder da ist Bis gleich Ja, wir sind wieder zurück Geil Nein Ich... Das ist eine Aufnahme Colin Okay Aber ich weiß glaube ich wie es geht Und zwar Muss ich erstmal hier wieder rein Dann Scheiße Nein Du... Oh Gott war das knapp Dann Musst du wieder hier oben das mit den Portalen machen Was? Ja was wohl? Ja falsch Du weißt schon Auf dem roten Knopf Auf dem roten Knopf Genau Jetzt Dann Muss ich Warte Da auf jeden Fall Ein Port timer Und warte Ich muss nachdenken Ich weiß nicht wie es geht Ich hatte es eben Ich hatte es eben Ich hatte es eben Ich hatte es eben wirklich kacke Ähm Ich komm nur kurz mal so Ähm genau Da unten müsste ich dann eins hin machen Und da hinten Oder? Hehe Also eben sah es nicht so kompliziert aus Das ist... Okay Wenn ich das aber da hin mache Dann ist das weg Dann Warte ich geh nochmal da Ich habe es fast Warte Ähm Ich mach mal hier ein gelbes hin Und dann Ach ich weiß wie Warte warte Ich weiß genau wie Ich habe es 100% die Lösung Warte jetzt musst du mir helfen Jetzt musst du hier Ich habe die Lösung 100% Nein Mach mal hier ein blaues Portal vor mich Ah ok Dann komme ich erstmal hier wieder zurück Dann Geht jetzt mein Portal Geht jetzt Zu dir Du hast es nicht gerade entfernt oder? Okay Hast du es? Du musst nur die Kugel rein tun Dann hat es sich Jetzt genau andersrum gemacht Während du da oben geschwebt bist Hätte ich quasi dich eins hier hin machen lassen Dann wärst du raus gekommen Hättest dann die beiden dahin machen können Dann hätte es auch funktioniert Naja Das ist ja jetzt auch egal Ich komme Wie ist denn weiter Nein Hä? Dann muss ein neuer die Spannung halten Ok gut zu wissen Nochmal das ganze Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich Ich weiß auch wie Wie es jetzt gehen muss Ok ich brauche wieder hier ein Portal Jaja Ach komm blöde Spiel Hey Nicht pranken So Ok warte Wie war das nochmal Ich muss jetzt dann Du könntest jetzt hier eins hin machen Guck mal Oder eins da Und eins da hinten Wo meins drauf geht Das bringt uns aber nichts Weil wir sonst wieder nicht in den Strahl rein kommen Eins da Eins da Dann kommst du hier hin Zu mir Und dann kannst du eins noch da hin machen Und eins da Dann hast Mach es so Mach mal so Also Eins da Wenn ich da hinten hin mache Wir haben doch Zeit Vertrauen mit Mach einfach mal Eins hier Warte warte Wenn ich da hin mache Komm ich dann wieder durch das Portal Und dann verschwinden wieder meine Portale Nein Da Ok da Und eins da Ja aber wenn ich dann weiter nach vorne schwebe Nein 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 vertrau mir Vertrau mir Ok So und wenn du hier bist Drückst du nach unten Dass du rausfliegst Ok Jetzt machst du ein rotes auf die andere Seite Die ist klar Das Was brauchen wir dann mit dem Ball Der muss ja auch noch Stimmt ja Ja den hab ich grad Ja ich bin noch nie drin gewesen Ich hatte den Ball nie irgendwie so weisch Ja 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 War eigentlich kein schlechter Ansatz so Ja klar Die lassen wir so Und dann Ah ne du musst ja durch das Ah schade Ja wir machen es einfach wie vorher Das hat ja doch auch gut geklappt Ja aber woran hat es gehakt am Ende Dir ist es ja wieder runtergefahren Weil die Portale weg waren Wie die waren weg? Ja ich bin ja durch dieses Teil gelaufen Ich hätte einfach nur mitkommen müssen Ja du hättest nur oben raus müssen eigentlich Ja genau Und das war der Fehler Mehr gab es nicht So dann Ne da war Kann ich den Ball hier lassen Oder gleich mit Ne wie war das Ich lass das erstmal so Dann gelb kann ich ja schon mal hier hinten machen Dann Nein Jetzt ist jetzt Noch Da hinten ist so rot Dann muss ich Gelb dahin machen Hui Das hat geklappt Dann Musst du hier nochmal dein Lila machen bei mir Genau Ich mach hier das Blau Bist du Jetzt hast du Nein warte 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 Geh wieder auf den roten Knopf Geh wieder auf den roten Knopf Dann mach da nochmal eins rein Ich muss ja nochmal in den Raum um den Ball zu holen Danke Dann hol ich mir den Ball Und Warte ich muss gucken Ich hab ja das rote Dann muss ich das rote rein hüpfen Mach schonmal dass es wieder durch geht Und Nach hinten Was Ja jetzt komm Schnell 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 Ich muss jetzt Nach hinten durch Schnell schnell Ich bin gleich da Du stirbst aber dann Ne Ne So dann kann das ja Kann ich das loslassen Danke So Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder leben zurück Irgendwelche Ideen Ich hätte nicht mit Ich hätte vorher irgendwie absteigen müssen Warum was bist du überhaupt mit dem Ball rein Jo Weiß ich ja nicht Warum Ja okay ich bin tot Verdammt Das hast du genau richtig vorher gesehen Nochmal An sich weil Ich weiß es jetzt Guck mal Theoretisch Wenn ich dann hier bin Kann ich doch mein Ähm eines Wenn der Ball es mal durch ist Mein eines hier hin machen Mein anderes hier hin Dann kommst vom Strahl selber dahin Verstorch Ja aber dann komm ich ja immer noch nicht raus Ja doch du kannst ja dann Dein eines Portal hier hin machen Ein anderes Vielleicht da Keine Ahnung Stimmt Wer kommst du dahin wenn ich auf den Knopf drück Wenn du springst Hier oben vielleicht Ja Okay also erstmal dasselbe nochmal machen oder was Ne warte das geht auch nicht Warte wir machen auch nochmal dasselbe So dass ich schon mal das Den Anzapfpunkt habe Achso Immer hier so komplizierten Spiele schlimm Ja du weißt vielleicht was du machen musst Genau Dann Effektor Kreis Dinger sehen voll cool aus Dann 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 muss ich Gelb unten hinsetzen Der Ball ist runtergeplumpst Egal das ist nicht schlimm Dann Das ist glaube ich sogar gut Ähm Genau ich muss also Alles klar dann halt so Jetzt müssen wir uns erstmal kurz überlegen Wie wir es am besten machen Wenn ich jetzt den Ball hole Geht der ja in das Portal rein ins blaue Ja Und Ich weiß wie Okay Ich weiß wie Warte Warte lass mich ganz kurz überlegen Ja ich weiß sie Ich tu nen Ball rein Ich tu nen Ball rein In meins Ich tu nen Ball rein Der ist jetzt drinnen gell Mach nichts Ja ich mach nichts Wenn ich jetzt mein blaues hier auf das hier mache Dann kannst du jetzt einfach durchlaufen Ohne dass die Brutale weg gehen Jo Warum nicht gleich so Wir haben jetzt so lange für ein zweites Level gebraucht War aber schwer Ich glaube wir machen mehrere Parts Es gab ähm Es gibt ja hier so drei Ebenen Mit acht Leveln Acht Levels Levels oder Ich kann kein deutsch warum gehts nicht weiter Äh jedenfalls Und die ersten drei waren halt einfach zu leicht Die braucht man nicht zeigen Und hier so die letzte Stage Die zeigen wir einfach mal so aus Prinzip Naja das letzte haben wir auch ein bisschen verkackt Nein wir haben doch nicht verkackt Ähm ich hoffe euch hat's gefallen Wir sehen uns in der nächsten Folge Und bis dann haut rein Ciao Ey Omiku